Hallo und willkommen auf dem Kanal. Was erwartet euch hier? Ihr seht hier bei mir vor allem Verkostungsvideos von allerlei interessanten Whiskys, von Standardabfüllungen, von unabhängig abgefüllten Whiskys, von Single Gasks, von Raritäten, alles was man sich vorstellen kann. Dazu schauen wir hin und wieder immer mal über den Tellerrand hinaus, schauen uns andere Spirituosen an, machen vielleicht auch mal das ein oder andere gewagte Experiment und ja, euch erwartet eine coole Community, ein toller Austausch, lustiges Entertainment, einfach Unterhaltungsformate zum Teil, wie den Whiskys Statistika, alles was das Herz begehrt. Live Events, Live Tastings, Charity Events, vieles ist dabei, was für euch interessant sein könnte und ich würde mich freuen, wenn ihr es bis hierhin geschafft habt und jetzt den Kanal abonniert, die kleine Glocke anhakt und Teil der Community werdet. Ich freue mich auf euch. Bis dann, ciao!